Max, du darfst heute alles mit meinem Lamborghini machen, was du willst. Und das, was du machst, das werde ich in real life mit dem Auto machen. Was? Okay, Leute. Das siehst du eh nicht durch. Ey, Max, was hast du davor mit der Handelscheibe? Ja gut, dann hau ich jetzt eine 20 Kilo Handelscheibe auf deinen Lambo drauf, wenn ich alles machen darf. Ich lasse die Handelscheibe jetzt runterfallen. Was, was, was? Drei, zwei, eins. Tschüss, Lambo. Nein, nein. Okay, wir müssen das jetzt in real life machen. Okay, wir müssen das jetzt in real life machen.